Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Let's Play The Long Dark. Ja Mensch, allzu viel Zeit haben wir nicht mit dem Feuer mehr. Das heißt, wir müssen jetzt mal das Wasser abkochen, soweit wie möglich. Damit wir wenigstens das haben. Und uns natürlich auch noch so ein bisschen den Arsch wärmen davor. Das ist echt eine blöde Sache, wir müssen auf jeden Fall Nahrung bekommen. Sonst wird das hier ein sehr, sehr kurzes Let's Play. Aber ich hoffe ja, dass wir das irgendwie gewuppt bekommen. Nahrungsmäßig, ich hab jetzt hier noch eine Candy, eine Energy Bar, aber auch nicht mit sonderlich guter Verfassung. Aber was weg ist, ist weg. So, wärmen wir uns, bis das Feuer ausgeht. Das wird wahrscheinlich gleich der Fall sein. So, unserem Bein geht's ja erstaunlicherweise irgendwie auf einmal besser, obwohl wir nichts gemacht hatten in der letzten Folge, außer die Painkiller gefressen. Aber wir müssen ja trotzdem noch raus und gucken. Im Übrigen, ich kann hier auch gar nicht speichern, das ist das Blöde. Ich muss das wirklich quasi mehr oder weniger am Stück durchziehen. Da hinten sehe ich auch noch mal Hütten. Mystery Lake, ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, auf dem See zu rennen. Ich hoffe ja mal nicht, dass wir hier einbrechen können. Da habe ich gerade was entdeckt, da hinten. Wie gesagt, ich hoffe ja nicht, dass wir hier einbrechen können überhaupt, aber... Naja. Ganz ausschließen möchte ich es jetzt auch nicht. Ist das was für uns oder ist das nichts? Super. Ein Traum. So, wir müssen natürlich hier auch aufpassen. Mit dem Wolf möchte ich mich jetzt natürlich erstmal nicht anlegen. Okay, da kann man... Kann man auch nicht ausrüsten. Das ist also meine Hoffnung, dass wir vielleicht das Brecheisen als Waffe entnehmen können. Dass wenn dann hier der Wolf kommt, dass wir ihn damit einfach eine verzwirbeln. Aber das wird es wohl nicht werden. Newsprint ist immer gut. Scrap Metal. Oh, Soda. Hat sich ja quasi schon gelohnt. Ah, Sardinen ist auch super. Und Bandagen. Und da... Hoffentlich auch was Schönes. Ja, oder halt auch einfach nichts. Das ist auch schön. Ich hab voll den Verfolgungswahn hier. Und ich... Hab immer noch nicht so die Tastenkombis raus. Ich nehme immer noch die Tastenkombis. Von Borderlands. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist gerade nur so drin. So, was hat denn der Kollege hier? Der sieht doch so ein bisschen... angeknabbert aus, so links am Arm, oder? Täuscht mich das. So, da oben... kann ich leider nichts abgreifen. Ja, der Typ vor der Tür braucht die garantiert nicht mehr. Antiseptikum ist auch super. Ich hab zwar nicht vor, das demnächst nutzen zu müssen, aber... man weiß es ja nicht. Da hinten sind noch lauter Hütten. Was sind wir denn hier noch? Ein weiterer Kollege, der erfroren ist. Steering Kit. Ah, super. Mit dem Steering Kit können wir dann quasi... uns ein wenig handwerklich betätigen. Muss unbedingt hier auch die Augen... Augen und Ohren offen halten, wegen dem Wolf. Da hab ich keinen Bock drauf, dass der jetzt demnächst hier ankommt. Okay, und hier... Work Goods ist super. Und da... wieder mal nichts gefunden. So, wie sieht's mit dem Equipment aus? Klamotten-technisch. Weißt du was? Das machen wir gleich. Es läuft ja wenig auch die Zeit davon. Nicht, dass es gleich schon dunkel wird. Da hinten in die Hütte gehen wir gleich. Und vorher werden wir uns hier hinten... nochmal den letzten Abschnitt angucken. in der Ecke. Ich hoffe, das Knurren war nur mein Magen. Gut, dass die hier alle gleich aufgebaut sind. Ja, hier schon mal nichts. Beef Jerky ist schon mal super. Work Goods ist auch super. Ah, das hat sich da schon mal ein bisschen gelohnt. Und da... wie gewohnt nichts zu finden. Es wird auch langsam windiger, hab ich das Gefühl. Hier hinten. Sieht ehrlich gesagt auch nicht so aus, ob wir hier was abgrasen können. Wenn ihr natürlich irgendwo was seht, sagt mir dann gerne Bescheid. Also jetzt... jetzt in diesem Moment bitte. Nein, also wenn ich dann was sehe, dann... oder wenn ich etwas übersehe, besser gesagt, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Andererseits freue ich mich über Kommentare. Und andererseits ist es natürlich auch ganz praktisch, weil ich dann vielleicht auch mal bei einem zweiten oder was auch immer Durchgang hier auch mal gucken kann. Okay. Hier ist nichts. Dahinter auch nicht. Da würde ich mal sagen, gehen wir mal hier rein. Dann haben wir hier noch Pork and Beans. Ein leerer Schrank. Ein Stuhl. Nichts. Ein Plastic Container. Was gibt es denn da drin? Sehr beruhigend, dass hier alles so knattert. Naja, hier gibt es auf jeden Fall erstmal nicht allzu viel zu holen. Komm, dann schauen wir schnell mal nach den Klamotten, die wir gefunden haben. Diese Down-Weste. Plus 0,5. Der dünne Volt war dann 0,0. Hat sich jetzt unser Gesamtwert. Ja. Okay, eine Down-Weste also oben drüber. 0,5. 0,8. Dann nehmen wir den noch. Workboot. 1,8. Das ist natürlich super. Ja komm, dann nehmen wir hier die Workboots auch noch mit dazu mit 1,8. Okay. Und die Socken können wir anscheinend auch noch mal zusätzlich... Nee, können wir nicht. 0,2. Äh, wo sind sie denn? Cotton. 0,2. 0,2. Ja gut, dann nehmen wir mal die. So, plus 7. Ist ja schon mal gut. Hunger. Hunger brauchen wir also was gegen. Was haben wir denn hier? Beef Jerky. Nicht mehr in so bester Verfassung, aber... Ich hoffe noch gut genug. Try and Crunchy. Ich hoffe ja mal, dass wir uns da nicht irgendwas einfangen können mit... Äh, nee. So. Apropos. Load Gain. Achso. Mhm. Pork and Beans. Bringt auch noch mal einiges an Kalorien. Die Sardinen, die sind eigentlich noch in ganz guter Verfassung. Der Hunger ist immer noch da. Dann kommen wir erstmal hier die Energieregel noch. Wir müssen auch aufpassen, dass wir das nicht zu sehr auf einen Schlag verbraten. Ne, die Pork and Beans hebe ich mir noch auf erstmal. Gegen den Durst können wir ja was tun. Da haben wir ja noch was zu trinken hier. 1,66 hatten wir eben. Und... Ja, immer noch genug da. Was haben wir denn sonst hier? Wir hatten eben noch Scrap Metal, ne? Bits and Pieces of Metal scooched from various sources. Keine Ahnung, wie ich damit anfangen soll. New Sprint, New Sprint Roll. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie ein qualitativer Unterschied ist. Can open cardboard matches flare, flare bribe das Sprecheisen searing kit, damit kann man dann nähen. Ne Sturmlaterne wood matches. Ne Bedrohr. Okay. Wir können jetzt natürlich hier auch noch mit dem Repair Kit können wir auch hingehen und könnten sagen, wir verbrauchen da was von. Und dafür müssten wir natürlich halt erstmal solche Sachen wie hier diese Handschuhen ähnliches eventuell demontieren. Das geht, soweit ich das gehört hatte. Eigentlich auch irgendwie hier. Da schon mal nicht. Harvest. Ah, ja. Hier können wir Sachen auseinanderbauen. Hier New Sprint haben wir zum Beispiel. Da gibt es Tinder-Plug. Nehmen wir erstmal mal ein. So, wie viel Uhr haben wir denn? Ist es noch so, dass man... Ja doch, das geht noch. Dann würde ich sagen, dann gehen wir noch zu den nächsten und schauen mal, ob wir da noch was finden können. Dann müssen wir uns vielleicht noch das gleich auch mal ein bisschen aufwärmen hier. Nicht zu dicht um die Ecken rumlaufen. Nicht, dass hier dann doch nochmal das ein oder andere Vieh wartet. noch sehe ich hier natürlich nichts. Aber das muss natürlich auch nichts heißen. Lake Cabins. Dann gehen wir erstmal hier rein. Mal gucken, ob wir hier auch einen Ofen finden würden. Na okay, hier schon mal nicht. wenigstens haben sie ein bisschen Essen dargelassen. Gute alte Verschwendungswahn. Firewood und ein Bett. Oh, was haben wir denn hier noch? Einen Rucksack gerne vergessen. Na gut, die Jeans haben nicht die beste. Tradition. Aber besser als nichts auf jeden Fall. Okay, dann hier nochmal gucken. Hier vielleicht einen Ofen. Hm. Was haben wir hier? Ja, eine Soda. Die habt ihr da. Aber mehr scheint es hier auch gerade gar nicht zu geben, kann das sein? Was haben wir denn hier noch? Ein Feuerlocker. Ich kann das nutzen. Oh. Hat man das vielleicht da drüben auch und ich habe es nur übersehen? Schönen. da will ich jetzt aber auf jeden Fall nochmal zurückgehen kurz. Licht ist ja noch genug da. Zumindest um in die dritte Hütte auch noch zu kommen. Da ist nichts. Nee. Doch nichts übersehen. Ich dachte nur. Das wäre natürlich nochmal gut, wenn wir das wissen, dass da auch manchmal was versteckt ist. da haben wir auch nochmal Kollegen, den können wir natürlich auch nochmal durchsuchen. Bandage. Hat ihn auch nicht wehgebracht. Und in seinem Rucksack. Cracker. Nicht toll. Aber zumindest etwas. Ja. Das kenne ich. So. In dem Plastikcontainer Beef Jerky. Und das war's leider. Quality Winter Coat. Uh. Hübsch. Good Quality Winter Coat. Na gut. Good Quality. Aber Condition 34. Good Wind Resistant Shell with Dantic Insulation. Mhm. Hat sich ja schon gelohnt hier. auch wenn der Start jetzt für uns erstmal echt komisch aussah und ich da schon dachte, na das wird nix. Das sieht doch ganz gut aus. Ja Mensch, ich würde erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut bis zur nächsten Folge. Ciao. Ja, da hat sich doch der kleine Erkundungstrupp ganz gut für uns gelohnt. Wir waren ja unten an dem See am Mystery Lake und konnten dort natürlich einige der Hütten untersuchen, auch wenn ich die ganze Zeit immer dachte, es kommt gleich ein Wolf um irgendeine Ecke. Aber wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen ohne nennenswerte Verluste halt, außer ein bisschen Nahrung und sowas. Und das Gute ist, wir haben super Kleidung gefunden, damit können wir uns hoffentlich draußen in der Wildnis etwas besser über Wasser halten. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ihr hoffentlich auch. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.